Ja, diese außergewöhnliche Zeit erfordert Kreativität, denn jetzt muss man zu Hause trainieren. Ich zeige euch jetzt, was meine Lieblingsübungen mit dem CLX Terraband sind. Und zwar kennt ihr sicherlich das alte Terraband, das neue CLX Terraband hat 11 Loops, wo ich mit Händen und Füßen reinschlüpfen kann und was mir halt x-beliebig viele Übungsvariationen bietet. Ich zeige euch jetzt meine Topübungen mit dem CLX Band und sage euch nachher, wo ihr das Ding bestellen könnt. Also, ich halbe hier das Ganze. Ihr könnt rechts und links einmal reinschlüpfen. Dann bleibt eine Schlaufe frei und am Ende kann ich hier erstmal meine Hände in die Loops legen. Ich zeige euch die erste Übung und zwar ist das eine Beinübung mit einer leichten Rotation im Rumpf. Ich halte meine Arme hier auf Schulter-Ebene, das gibt schon ein bisschen Power für die Schultern. Und jetzt gehe ich in die Squats und habe automatisch von hier aus einen Widerstand, den ich nach oben durch die Beine nochmal verstärkt hier in die Streckung bringen muss. Und ich habe den Rücken und jetzt kann ich ein bisschen mit der ganzen Geschichte spielen. Das heißt, ich habe einen 360-Grad-Workout in verschiedenen Ebenen. Hier trainiere ich den Bauch und kann jetzt auch hier noch die Schultern trainieren. Ich strecke den Arm aus und das merkt man wirklich im gesamten Körper. Je nachdem, wie stark das Band ist, weil das gibt es in verschiedenen Farben. Hier, das ist schon das Athletikband, das gibt es nochmal ein bisschen stärker. Also für die Männer, die richtig Power haben wollen, die können hier so richtig Gas geben. So, die nächste Übung ist ein bisschen herausfordernder. Wir starten mit der ersten Seite, bringen Arme in die 90-Grad-Position und ich mache hier erstmal nur eine Shoulder-Press. Ja, einseitige Rumpfstabilisierung und jetzt kann ich hier das Gewicht auf die gleiche Seite verlagern. Ziehe den Arm noch mit und ziehe das Bein noch hoch. Ihr seht, hier unten habe ich auch noch die Verstrebung. Und durch die zusammenziehende Bewegung hier für den Bauch, trainiere ich die Seite. Ja, die ist etwas komplexer, man kann sie aber zerlegen und das gleiche mache ich natürlich hier nochmal auf der anderen Seite. Ich zeige es euch nochmal. Und je nachdem, wie schwer man, man kann natürlich auch hier einfach mal sagen, ich greife in Level Nummer 2, dann ist das Ganze wesentlich anstrengender und die Bänder können problemlos bis zu 250% gedehnt werden, da passiert nichts. Ja, das merkt man schon im Unterschied. Also das ist auch eine meiner Lieblingsübungen und danach gehe ich von hier aus jetzt mal in einen Vierfüßlerstand. Ich gehe wieder in die ersten Loops, also vier habe ich und gehe jetzt hier mal in den Vierfüßlerstand und starte jetzt hier mit der klassischen diagonalen Rückenkette, aber durch die verschiedenen Zugebenen habe ich hier den Po mit drin, den Rücken und die Stabilisierung für den Bauch. Und natürlich könnte man auch hier erstmal nur das Gesäß trainieren, aber hier hat man gleichzeitig direkt eine multifunktionelle Übung. Gut, dann geht es in den Sitz. Einmal wechseln. Und jetzt machen wir mal etwas Schwierigeres und zwar nämlich den vierten Loop, den letzten, um jetzt bei der Rückenmuskulatur ein bisschen mehr Power reinzubringen. Ich setze mich aufrecht hin und kann jetzt hier eine Ruderbewegung machen. Die Bänder sieht man hier, werden ordentlich gedehnt, aber die halten den Stand und dann kraftvoll nach hinten ziehen. Das gleiche kann ich natürlich auch hier für den oberen Rücken machen. Und ich trainiere normalerweise mit den silbernen oder goldenen. Es gibt aber auch schwarz und blau, die sind etwas leichter und das sind wirklich die Sport- und Athletikbänder. Und dann geht es noch in eine Bauchübung. Da würde ich euch auch den ersten oder den zweiten Loop empfehlen. Die ist eigentlich ganz gut, kommt so ein bisschen aus der Pilatesrichtung, aus dem Rolldown. Das Band unterstützt euch auf der einen Seite. Man kann hier jetzt sagen, ich rolle runter. Man kommt auch wirklich bis unten und wir rollen wieder hoch. Am Anfang scheinen die noch relativ easy zu sein. Jetzt gehe ich hier in so eine leichte schräge Position, mache einen Roll und komme hier wieder hoch. Das ist schon anstrengender. Ja, so kann ich die diagonalen Bauchmuskeln noch trainieren. Und von jeder Übung sollte man so 20 Wiederholungen machen. Ja, das waren einige Übungsvariationen, die man mit dem CLX-Terraband überall machen kann. Es ist quasi wie so ein kleines Gym für die Hosentasche. Gibt es in verschiedenen Stärken. Das ist hier noch stärker. Und schaut einfach mal rein unter www.arzt.eu. Da findet ihr die CLX-Bänder mit meinem Code ARNA. Haltet noch 15% und ich wünsche euch viel Spaß beim Training zu Hause.